Wenn dein Kumpel und du beide eine gute Note habt Leute, heute spielen wir Human Fall Flat, aber in der Wipeout Edition Natürlich wieder mit unseren Kontrahenten, Ben Ich schaff's hier gar nicht, die Treppe rauf Meine Steuerung ist voll komisch Dritten? Nicht Okay, erster hab ich geschafft Zweiter auch Jetzt kommt der dritte, geschafft Der vierte, geschafft Der fünfte, geschafft Oh mein Gott, willst du hier die Wipeout Königin? Oh, oh, alter Alter, mit einem Arm Mit einem Arm, Ben, du schaffst es hier rauf Du schaffst es, du schaffst es Jetzt lass den Linken doch mal los und dann wieder Komm, du schaffst es Oh Du schaffst es Das ist super, die Kamera ist so broke Scheiße Warte, ich muss wippen Du musst Schwung machen Ja Das bringt absoluten Scheiß Okay, dann verziehe ich das über dir nix, oder? Doch Yeah, what a safe What a safe Okay, Ben, ich muss jetzt hier rüber Alter, wie es nicht fällt Oh, ich hab's geschafft Hä, bist du zweit Oh mein Gott, oh mein Gott Ich warte hier auf dich, Ben Ich warte hier auf dich Ja, wahrscheinlich komm ich so weit, oder? Ja, safe kommst du so weit Ich glaube an dich Let's go Wo, 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 wo? Okay Ja Jetzt komm Ja Ich hab dich Oh mein Gott Oh, Mia, pass auf Kann man hier Checkpoint machen, Alter? Nein, kann man hier nicht Doch, wir können Indem einfach ne Kiste hierhin cheaten Dann später Oh, nee Alter, das wird doch so schwer Auf diesen Drehding Das sieht nicht so schwer aus Bewegen diese Dinger sich? Oh, die bewegen sich heftig Ich glaube nicht, dass man sich da festhalten darf, oder? Aber jetzt bist du natürlich Jetzt bin ich nervös Jetzt bist du nervös Egal, ich hab mich da auch gesaved Alter, guck mal Könntest du das Ding mal hier bewegen? Ich, nee, dann opfere ich mich ja Ich glaube, hier muss man Nein, 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 nein Nicht, nicht opfern Keine Opfergaben hier Das sieht hier ein bisschen wild aus Was ich hier mache Aber ich schaff das Du musst Schwung holen Schwungmasse Mhm Sieht gut aus, oder? Hm, weiß ich nicht, nee Nach hinten holst du voll krass Schwung Aber nach vorne immer nur so ein kack Millimeter Oh, ja Oh, oh, jo Aber Egal, das war gut, ja Und jetzt rechts, links Jetzt hast du alles wieder verkackt Oh, gut Schlecht Gut Ich glaub, gut Nein, nein Oh mein Gott Das ist so schwer Wir müssen hier eine Kiste hin tun Das ist so schwer Hey, I'm trying jetzt Ich glaub, du darfst dich nicht festhalten Nein Oh, shit Shit, Alter Wir haben nur zwei Kisten, glaub ich Ja Also wir müssen sehr sparsam damit umgehen Boah, aber wie kriegen wir die da hoch? Ich kann, ich kann da hin und kann Scheiße Kann die dann annehmen Wenn ich's da hin schaffe Wir brauchen, glaub ich, noch mehr Eine mehr Okay Kann ich die an der Seite annehmen, vielleicht? Das kann sein So, die nehmen wir mal runter erstmal So, warte mal Jetzt kommt man ja Warte mal, ich glaub, man kann eh auch betrügen Ey, ich mein Checkpoint Halt ja wieder angewatscht, komm So, hier kommt man jetzt hoch Jetzt kannst du ja hier Versuch mal auf das rote zu Du musst deine Arme hoch machen Dann kannst du auch die Kiste hoch machen Echt? Mhm Wie jetzt? Deine Arme So Und jetzt? Jetzt die Kiste anfassen Und dann das nochmal mit der Kiste machen Oh, Alter Das wusste ich nicht Perfekt, so Jetzt hier drauf Jetzt hier drauf Ach du Mistdinger Ich muss in der Mitte sein Ja Ja Die da guckt richtig halb zu Ich tanze hier was Yeah, 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 yeah Ach du Mistdinger Ich versuch's jetzt ohne Arme hoch Hier Ui, 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 ui Das ist zu flach hier Wenn das hier Oh Ja, die Kiste zu weit Scheiße, Edina Wie machen wir das? Wir machen's einfach Weißt du, wie schwer das ist? Kann ich die Kamera rufen? Let's try Das geht leider nicht Ui, 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 ui Ist ja übel weit Ich spuck gleich Ich spuck gleich Scheiße Ich spuck gleich Nein Oh Scheiße Ich war so knapp drin Junge Alter Beinah wär ich gestorben Nein, 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 nein Köcke Ach, Scheiße Wird echt voll easy eigentlich Ich hab voll Ich hab voll den Plan Ja Nein Ich hab den falschen Finger losgelassen Mit Festhalten magst du's? Nein Jetzt bin ich zu tief gedroppt, Alter Und dann hat er Gott, das ist richtig schwer, diese Ballons, Alter Nein Ich hab losgelassen Um Schwung zu holen Dann bin ich einfach runtergeflogen Scheiße, Auffang Warum gehst du da hin? Schüttest du da los, Alter? Keine Ahnung, wo ich hingehe Let's go Oh mein Gott Manchmal reißt es mir fast ein Arm aus, wenn ich hier rüberkomme Ja, Ben Hat dich Das ist übel, aber wie bei der Lachsfleder Guck hier, ich probier's nochmal Oh Uita, was machst du denn jetzt? Scheiße Aber wenn man sich immer festhält, kann man ja eigentlich nicht sterben, oder? Also von der Logik her gedacht Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ich hab's geschafft Ich im Club, Alter, will die wieder aufmachen Ja Ich versuch auch Okay, Ben, okay, Ben Der Trick ist, du musst so weit wie möglich nach vorne Ich hab mich da festgehalten, Alter Warum hab ich so kurze Kackarme? Uh, okay Kein Checkpoint Nice Das ist echt so richtig dumm Scheiße, ey Ich glaub, die nächsten sind einfach schwierig wird's dann bei diesem Drehding, Alter Okay, okay, okay Hab's schon weiter geschafft Hab's schon weiter geschafft, bin Jawohl Weiter, 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 weiter Komm, wir können hier von der Seite zugucken Los, Ben, los Da kann man sich vielleicht auch mit der Rolle zur Seite boosten, Alter Einfach direkt Überleg mal, wenn die Rolle, die ich einfach zu heftig booste, du einfach direkt ins Ziel fliegst Weil die ist ja da, das ist ja direkt neiner bei der Kraft Ja, stimmt Los, Ben Das ist easy, guck mal, ich hab's jedes Mal bis hierhin geschafft Ja Ist gut? Ja, ist gut, ist gut Oh, shit Was mach ich jetzt? Was ist los? Also, ja, und jetzt mit dem linken Arm nochmal nach oben Ja Und jetzt Ja, ja, und jetzt Weiter Ja, ja, genau Du hast es drauf, du hast es drauf Ja, weiter Nee, doch nicht Oh Oh, ja Ja, nein Ich hab mich doch festgehalten Du warst aber mit nem Arsch im Wasser Ey, das ist so gecheatet, ne So illegal, Alter Ich hab mich doch weiterhin festgehalten Wieso stirbt man? Egal, so weit war ich noch nie Ich hab Angst vor diesem Wipeout-Ding Da kriegt mich keiner drauf Da muss man, glaub ich, auch erstmal wirklich gucken, was man machen muss Genau Ich glaub, drüberspringen ist nicht Du hältst dich einfach an dem Ding Ich glaub, Realtalk, du musst dich da festhalten, oder? Du musst dich, glaub ich, bei dem zweiten Ding festhalten Sodass du dann bei dem einen Ding Absteig nehmen Moment mal, das geht ja gar nicht Das ist übelst krank Oder du musst dich irgendwie runterfallen lassen und dann hochziehen Aber das ist ja absolut krank Also, das schafft ja nicht mal ein NASA-Student oder so Also, ich hab's jedes Mal ein bisschen geschafft Ja, jawoll Oh, das, nein, nein, nein Doch, doch, ist gut Alles unter Kontrolle Vielleicht doch eher weniger Zieh dich doch, komm, wozu war denn die monatelange Sportquälerei? Ja, ja Oh Gott, was mach ich jetzt? Ich lass links los Ja, genau Ja, ja Ja, 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 ja Nein Das war knapp Du musst links loslassen und wieder Oh Das war fast der Tod Der links loslassen Oh, ja, ja, ja Oh, ja Oh, shit, du hältst links unten fest Das ist nicht so So schlau Nein Jetzt ist gut Nein Oh Gott, ich hab irgendwas angemacht gerade Ups Ey, das war so knapp Okay, ich mach hier mal auch weiter Ich hab so Schiss Ich versteh gar nicht, wie man das da machen soll Ach so Nach unten Kann ich so hoch springen? Nein, nein, nein Ich glaub, vielleicht runter bücken oder so Uff Ich wär beinah runtergefallen Ich glaub Okay, ich häng fest Ich häng fest Nein, nicht hoch Nicht hoch Nicht Nicht Oh Gott, oh Gott Um Gottes Willen Um Gottes Willen Ich schaff's nicht Um Gottes Oh mein Gott Ich schaff's Alter, Speedrun, ne? Da war ich mich ja so schnell durchgekommen Ey, wie soll man's denn hier hochschaffen? Ich häng fest Ich häng einfach fest Ich kann nicht mehr Warte, ich komm Ich muss nur Ich häng beim letzten Ball wieder rum Ey Ich komm hier nicht mehr hoch Ich komm hier nicht mehr hoch Oh, nice Ich komm Juhu Nice Ach so muss man's machen Ich weiß nicht, meinst du Ich hab ja meine Arme Also du kriegst jedes Mal ein Nischel Ich weiß nicht Jedes Mal das Ding Points Ich weiß nicht, was mein Arme ist Wenn wir dich jetzt den falschen Arm loslassen Dann Das müsste mein Richter sein Nein Oh, oh, Elina Da wirst du dich jetzt für mich safe entscheiden Das war der falsche Arm Ich schaff's nicht Ich schaff's nicht Ich sing einfach immer tiefer I'm dead I'm dead Du warst übel weit Nein Nein Ich hab auch Dieser letzte Ball, Alter Ich war wieder beim letzten Ball Und hing da eine halbe Stunde rum Ey Ich auch Mann, scheiße Ich hab sogar den dritten Sprung geschafft Der ist sogar übel schwer Aber weil mein Arm dann mich verarscht hat Und einfach Nicht mehr der rechte Arm war Sondern es war auf einmal der linke Ja, ich glaube ich Scheiße Hab's geschafft Zum zweiten Mal Ich glaube ich kann bei einer Weltmeisterschaft so langsam mitmachen Oh mein Gott Konzentrierter als in jeder Mathe Prüfung Ben, du schaffst es Oh, dass man da stirbt Obwohl man sich festhält Da bin ich fünfmal bei dir Alter, da ist sie wieder Oh, hey, fällt Eis Toll Kommst du da hoch? Ey, ich weiß ehrlich gesagt nicht Wie ich hier hochkommen soll Komm, krabbel Mein Kleiner Nee, kein Bock Ich, ich halb Nee Fuck Uiuiui Jetzt weiß ich schon wieder nicht, was mein Ich häng hier aber auch gerade Alter, Elina, chill Ey, das ist aber gut eigentlich, oder? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Nein Oh mein Gott Wie soll man das schaffen? Ich verstehe auch schon nicht, wie man das hier schaffen soll Ach, komm, ey Halbe Stunde rumgehangen und trotzdem gestorben Warte mal, die Abholung ist, glaube ich, da Die Uchi, Alter Beim letzten Mal hab ich auch gewonnen Man, wieso baut sich denn jetzt plötzlich da immer da hinten? Beim letzten Mal hast du einfach auch gewonnen, weil du eine Challenge gewonnen hast? Ich war als erstes im Ziel Was für ein Ziel, Alter? Ja, ja, das Halbzeit zieht halt War ich als erstes am Ende? Ja oder nein? Bumm Hörst du diese Bälle, dass du das drauf hast, das find ich krass Okay, man Ich brauche die Macht Des Hörst du die Geistes? Alter, er ruft mich grad an Ja, mich hat er auch grad angerufen Hä, nein, ich kann ja nicht errufen, wenn er mich anruft Ja, ruft uns beide an, du Assi Ich schaffte es Und jetzt Ich bin zumindest bei dem Letzten, ja Was ist jetzt mein rechter Arm? Das hier ist mein rechter Arm Das heißt, ich muss den linken Sehe dich hoch, du fette Atze Los Was hast du denn deinem Bizeps? Was ist denn deinem Arm ist das? Der linke Ich muss den linken Hä, ich verstehe nicht, wie du das machst Alter, bist du weit Du wirst dann nicht hochkommen, oder? Oder? Die Menschheit hält dem Atem an Jetzt muss ich die rechte Hand loslassen Na komm, ich verstehe diese Bälle nicht, Alter Komm, komm, komm Gib Gas Nein Scheiße Hey, warum hält er? Mein Arm ist gebrochen, glaube ich Warum ist dein Arm gebrochen? Ich hatte grad so komisch in den Kopf gehalten Was ist so? Das glaube ich dann, dass dein Creeper einfach auch weniger wiegt Weißt du, ich hab ein bisschen auch zugenommen in letzter Zeit Genau Deswegen, also Es ist so schwer Es ist so schwer gerade Nein Ach, come on Nice, Elina Jetzt musst du noch einen Sprung schaffen Ja Hast du es? Oder geht es doch noch weiter Du hast es, oder? Was ist da, Elina? Die Kamera ist ausgegangen Oi, oi, oi So, warte Ich geh hier diese Treppen runter Hier ist nix Doch, da oben ist doch eine Treppe hoch Wo ist eine Treppe hoch? Ja da, die Ränge Die Stadionränge Das ist doch Ziel, oder nicht? Echt? Ich weiß nicht, hab ich die mehr programmiert? Aber ich würde mal sagen, ja Ich kann hier durch Ah, ja Das ist doch auch Ziel Ja Stimmt, die, 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 die Ah, da, da Geh weiter los Da hinten kriegst du die Goldmedaille Echt? Leute Es ist soweit Endlich die verdiente Goldmedaille Yeo Ich bin auf dem Siegerpullis Mann, die viel entscheidere Frage ist Warum ich da nicht spawne? Keine Ahnung Hier wurde gar kein Spornpunkt gesetzt oder so Ich check das gerade nicht Ja, du hast gewonnen, Elina Ich hab gewonnen Ich hab gewonnen Ich nehm euch jetzt alle mit Die stehen hier fest Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Falls ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da Darüber würde ich mich riesig freuen Falls ihr noch mehr davon sehen wollt Lasst auch einen Daumen nach oben da Lasst einfach immer einen Daumen nach oben da Alter, das fände ich von Lock, 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 lock Und haut rein, Leute Ciao Ciao